hallo liebe leute willkommen zurück bei großen waldmanns mit dem mcmanus dem frisi und dem zu ihm und mir die mädchen und wir sind hier bei der nächsten mission das heißt den sender verteidigen zweieinhalb minuten also direkt mal so ein hammer schieben oder könnt ihr uns aus dem helikopter gerade vor fast super kurz gucken wo die herkommen ja viele werden nicht kommen um schauber 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 ich habe einen granatwerfer und ich habe mit dem granatwerfer runtergekommen zwei hildys ein auto da war dann holen wir den links marzer können wir machen ist kein problem muss ich schnell machen der macht nicht mehr lange wenn ihr mit geschossen fühlt sich weiß man noch nicht wo von wo denn an der straße aber die rebellen hier die kämpfen ich habe noch ein paar rebellen angerufen die kommen auch noch zur party ja das fahrzeug haben auch die mann ich glaube den hedenkopf vergessen irgendwo hier oben muss noch einer sein ach da hinten wie sie hatten oder ja munition und da hammer bei hubschrauber muss man direkt hier oben gehen den einen kriege ich ja der ist dauernd auch da schön gemacht okay landen und dann kommen wir hoch zu der gelben ich bin hier oben bei der gelben ding schon ok ich höre den ob er euch ein zug dafür nehme ich aber jetzt das motorrad neuer einsatz flug nach noten sehr geil in so viele helis rum wir haben noch einen einsatz wir haben zwei neue einsätze flug nach norden flug nach osten glaube ich ja ich überlege gerade dass das dass das drei neue einsätze haben wir sogar wo denn am nächsten nehmen oder erst mal zum heli komm erst mal hoch fahr mal rückwärts noch nicht daran gucken fahrrad das moped hier es ist jetzt irgendwie nicht so geil das gelände was er da los wow das ding legt überhaupt nicht im schnee nach warte die so hier bin ich wir hatten den hubschrauber geparkt das war ich musste sein der war eh schon hinüber ich hätte natürlich auch hinstellen können naja so wo wollen wir hin zu welchem fliegen wir zu dem der markiert ist zerstören sie die kokain lieferung kommen wir nehmen den oh ok wir haben sie die kokain lieferung und jewy wie ist heli fliegen gar nicht einfach ne also dass das hoch und runter ist ein bisschen naja aber ansonsten ist ganz gut auch ein bisschen steif vielleicht noch also die lenkung links rechts ja ist noch eine falsche mission der hat hoch und runter und steif in einsatz gesagt hihihi jo oh was für ein episches land hier eh hammerhart eh oh was heißt das da links mit diesem rauchzeichen da wohnt pocahontas das ist ein unidatelli zwei hittys hier unten nein das ist wirklich das gute hier gibt zubschrauber ohne ende genug zum zerschrotten jo da können wir auch so fluggang anfänger wie frisi mal dran lassen haut rein oh dieser penner ey warte jetzt leise zu spät das kartell ist an der absturz stelle oh spät das kartell ist an der absturz stelle das heißt wir müssen die holen okay ich hab drei okay ich hab drei vier war das jetzt nein ich wollte nicht wegspeilen ich hab keine kleine oh man okay ah was ist das die dinge abzerstören einfach nur ja das ist alles zauber wow kaputt hier sehr gut dass der heli jetzt kaputt ist ist ein bisschen doof ne los komm direkt die nächste mach ich doch schon wo ist der heli kaputt lol ach ja der ist ja rausgesprungen der pille man ne ich ne ne jeep der allein im auto boah ne ne ich bin auch da jungs könnt ihr umdrehen du hast es vor flugte scheiße gesagt den darfst du nix fahren lassen oder fliegen ey Ich hoffe, wenn wir den Obermukkel-Heli-Schadensapersonalistik kriegen, wer wie viele Autos den ist zerstört hat. Für diese Statistik. Wer schießt denn hier auf uns? Ach man, ich wollte ein Heli holen. Was ist denn für ein Heli? Hier vorne ist direkt ein Heli. Oh lol, hier hinten ist auch einer. Einer ist noch da. Einer hockt noch hinter meinem Auto. Ist ja irgendwo ein Regenerationsbalken für die Ausdauer? Nee, ne? Ja. Schön. Ja, erst die Punkte holen, anstatt mich aufzuheben. Fühl ich! Einen hab ich. Wir sind alle down, oder? Ich fliege! Hier natürlich auch mal auf 5,5-fach Stellen. Habt ihr jetzt auch ein Heli? Mhm. Da ist noch einer Hitcher irgendwo. Ich bin Freezy, aber okay. Okay. Was für sie? Ich bin bei dir, du Hammel. Ach so, lol. Ich bin bei dem Schuh im Leben. Ich bin bei dem Schuh im Leben. Das waren alle. Boah, Alter. Mit was hast du gerade geschossen? Du kannst du mal M4, warum? Ach so. Das klang so. Bösartig. Dann fliegt da schon mal hin. Da, da, da. Da, da, da. Da hin. Da hin. Die anderen haben da auch ein Heli. Dann würde ich mitnehmen, die hat ein Heli. Die sind auch ein Heli. Dann holen wir um die. Alle 10 Meter kommt hier ein Heli. Boah, gehen wir ein bisschen höher. Oh, warte mal. Für sie hier rechts können wir Infos holen. Na los. Boah, bis das Ding mal anhält, ey. Boah, lol. Das war immer chillig. Ich fang schon mal an. Ja, mach, mach, mach. Die der einfach direkt runter geht. Was denn? Der bombardiert das Loch hier, Leute. Das müsst ihr sehen, ey. Ja, geh doch mal rein, ey. Ja. Wir machen das mal eben, ne? Ähm, könnt ihr uns abholen? Neul, ey. Habt ihr die nicht geschrottet? Nein. Fertigkeitspunkte. Wir müssen hier weg, Marmos. Ja, ich weiß. Boah, das Lenken ist so schlimm. So, was hast du aufgedeckt? Fertigkeitspunkte. Ging. Ist nur noch das, was ging. Okay. Hier müsste aber irgendwelche sein. Waffenteile und alles? Waffenteile wurden mir nicht angezeigt. Ich hatte nur noch Fertigkeitspunkte. Wo ist der denn hier? Da ist unsere Heli. Unser Taxi. Marmos, hier in dem Gebäude sind irgendwo Fertigkeitspunkte. Ja, ganz oben auf dem Dach. Achso. Habt schon. Da ist unsere Heli. Ups. Da kommt ein, äh... Die Dach-Helie, glaube ich, ja. Und der sieht uns nicht. So. Wow! Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Wer fliegt? Chewie. Oder? Ich krieg' grad hin. So, dreieinhalb Kilometer, dann gib mal volle Lotte, Alter. Wir werden aber auch mal Rambos, äh, John-Jay-Rambos-Style sehen. Oh, wir müssen da oben in den Berg, ey. Wie geil ist das denn? Angstbremsung. Alter. Es ist... Sobald du in Bewegung kriegst, kriegst du den auch nicht mehr hoch, ne? Doch. Du musst bestimmte Dings überschreiten. Du musst länger mit W fliegen. Flieg mal länger mit W. Okay, Moment. Geh mal ein bisschen hoch. Geh mal ein bisschen hoch. Geh mal ein bisschen hoch. Und jetzt mach mal Shift-W, volle Lotte. Und bleib drauf. Geh mal ein bisschen höher. Irgendwann merkst du, kriegst du so einen Punkt, wo der anfängt nach unten zu gehen. Ja. Und dann? Jetzt zum Beispiel? So, jetzt nimmst du W weg. Nee, du warst über den Punkt noch nicht drüber. Dann fliegt da nämlich konstante Geschwindigkeit weiter. Weil wenn du jetzt vom W gehst, bremst der jedes Mal, ne? Ja. Nee. Du musst dann quasi über einen Punkt drüber kommen, dass er konstant weiterfliegt. Dann kannst du ja die geilen Manöver machen. Ja. Aber das, ähm, Chewie, da brauchen wir ein bisschen Skill und Erfahrung. Das ist... Du willst gar nicht das privat mal ein bisschen... Und 20 Heels. Wenn du jetzt willst, jetzt drück mal nach hinten. Drück mal nach hinten. Ja. Ja. Und jetzt siehst du, fliegt er auch mit Geschwindigkeit hoch. Ja. Weißt du? Also jetzt kannst du auch schneller steigen. Oh, hier ist ne Seilbahn. Ich wäre jetzt gern mal mit der Gondel hochgefallen. Warum... Warum springt der ab? Äh, ich weiß ja nicht, wo ihr hin wollt. Wieso springen alle ab? Oh, lol. Oh, lol. Ich hole mir die oben. Ich bin zurück mit dir. Was hat jemand gehört? Alle down. Hier ist alles auf. Hier ist alles auf. Alle noch ganz. T4 ist dran. Oh, lol. Was jetzt? Wir sind abbaun. Hilfe. Warte mal. Wir haben hier nen Heli. 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 Könnt ihr einsteigen? Wir müssen doch die anderen Dinger kaputt machen. Äh, ich mach die eben. Eben Munition und Granaten holen. So. Was sind das für Dinger? Warte mal, ich kann... Ach so. Ist clear da, Judy. Du musst nur noch Granaten werfen. Ach so, hier auf dem Berg. Okay, warte Judy. Ich kann dich abholen. Ich hab nicht recht. Dann hat er. Fracht vernichtet. Äh, jetzt... Sind die anderen? Äh, ja. Danke. Da kommt Physi. Okay, wir haben noch nen Einsatz erfolgreich. Mann, mein Gott. Das läuft ja wie Spritzebacken hier heute. Bei denen noch. Läuft ja wie Brezelbacken. Wo fährt Hitcher hin? Alter. Ne, ich bin hier. Wart ihr schon schon ab Hitcher? Ja. Was hast du denn immer mit Hitcher? Hitcher ist doch wie bei uns. Ah ne. Hitcher fährt da unten. Na, warte. So. Meine Füße sind so kalt. Hitcher massierst du sie mir warm. Hitcher ist ja geil auf sowas. Frag den mal. Und das nur, weil wir nicht die Socken bei Mama geholt haben, ey. Ja. Du hast ja auch kein Mützer auf. Hat deine Mutter dir nicht beigebracht, mit Mützer anzusetzen? Die hab ich ja auch vergessen. Das wollte ich nur nicht ansprechen. Oh lol, oh lol, oh lol. Zwei Vögel im Anflug. Santa Blacker weiß wohl auch Bescheid. So Leute, go, go, go. Go. Ja, zwei Minuten. Da oben. Ich warte hier. Ein Schwäbeflut. Scheißdreck. Glaub ist ein Heli. Wäre cool, wenn ihr den abwenden würdet. Hallo. Könnt ihr mal den? Hallo. Ich bin dabei. Der ist nicht. Da ein anderer Heli mit schafft. Wow lol. Der schießt halt einfach mal mit dem. Wow. Der ist drauf. Go, go, go. Spreng die Kacke hier. Alles Paletti. Komm. Äh. Heli. Nachschub Heli. Du musst einmal hoch, weil hier ist das auch noch. Ja. Heli. 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 Wenn ihr Bock habt einsteigen. Kommt ihr Heli runter. Nein, das ist einer von uns nicht nicht nicht. Was? Nein, das ist keiner von uns. Es gibt Neuigkeiten. Leute, steigt ein. Nee, hier war keiner von uns. Schieß ihn doch mal ab. Was ist denn der Quatsch? Fuck, Alter. Der will uns hier richtig bumsen. Kannst du mal gerade ausfliegen? Nee, ich versuche hier gerade hinab zu hängen. Kannst du mal so fliegen, dass wir schießen können? Fuck you. Leute, Fallschirm. Leute. Steig aus, Freezing. Ich bin jetzt was mit dem Fallschirm. Ich bin gut gelandet. Ich bin sehr gut gelandet. Ich bin sehr gut gelandet. Ich stecke in dir. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. Ihr Schwuchtel. Über und sehlich. Das Manöver war einfach zu krass. Muss ich noch üben, eindeutig. So. Ist der Nächste? Achso, unten der brennt nur. Da unten ist einer. Da unten ist einer. Dann schnappen wir uns den doch. Das ist geil. Ich liebe die Berge. Ich liebe auch Berge. Aber die weichen. Oh oh, und die Datteli über uns. Hinter uns. War halt immer weg. Nee, der will nix von uns. Hubschrauber auf dem Boden. Bei uns haben wir noch so nen Jude. Oh, weg ist er. Also ich muss schon sagen, das waren jetzt grad vier Missionen. Drei oder vier Missionen, die hier durchgezogen haben. Das war richtig gut, ey. Aber na gut. Mit so nem geilen Piloten und solchen Hubschrauber-Skills kannst du halt in den Bergen auch easy die Dinger holen, ne? Unten haben wir schon ne Krone, ne? Historiensatz. Also ich hab nix dagegen, wenn wir ihn hier stehen lassen. Wo haben wir ne Krone? Unten ist direkt schon letzter. Ja ist ja auch der letzte. Stimmt doch. Wir haben ja vier von fünf. Wow. Na dann. Beim nächsten Mal. Wer hat dann amoderiert? Hitscher. So. Ähm. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Link zu den anderen in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns in der nächsten Mission. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.